sorry aber das musste sein ich wollte sicher gehen dass du mir kurz deine aufmerksamkeit schenkst selbst animierte videos erstellen schnell und einfach ohne teure und komplizierte software wenn du das erfahren möchtest klicke einfach auf den blauen button bis gleich übrigens mein grafikpaket mit mehr als 70 animierten bildern gibt es gratis auf meiner seite